Heute eine ganz besondere Folge Dein Trick. Unbedingt dranbleiben! Hi Leute, willkommen zu einer sehr speziellen Folge Dein Trick, denn den heutigen Trick hat der User eingesendet Matze Gemalczyk und er hat mich gebeten, das Ganze selber zu erklären, denn er möchte sich selber nicht im Internet präsentieren. Das heißt, Dankeschön Matze fürs Einsenden des Tricks, ich werde in diesem Video die Performance machen und in der Videobeschreibung könnt ihr euch in die Erklärung klicken, falls ihr das drei Tage früher seht. Die Erklärung kommt erst drei Tage nach diesem Video, deswegen. Hier steht übrigens gar nichts drauf, das ist nur eine Gebrauchsanleitung. Also Dankeschön Matze nochmal für den Trick, ich werde den jetzt performen, im nächsten Video erklären und ich würde mal sagen, wir labern gar nicht lange, sondern legen direkt los. Für diesen Trick benutze ich ein stinknormales rotes Kartenspiel, das ich jetzt erst einmal durchmische. Das darf der Zuschauer auch gerne selber durchmischen. So, schön durchmischen. Gut. Ihr könnt es auch nochmal cutten oder so oft wir wollen, das darf der Zuschauer gerne alles selber machen. So, und jetzt riffle ich die Karten so durch und der Zuschauer wird irgendwann Stopp sagen. So, sagen wir mal, er sagt hier Stopp, das ist jetzt die Kreuz 7 in dem Fall. Okay, okay, so, Kreuz 7 merkt sich der Zuschauer und jetzt schnippe ich über das Deck und gehe jede einzelne Karte durch. So, nochmal, dass wir das einzeln haben, jede Karte einzeln, gehe ich durch. Das sind ja auch gar nicht irgendwas unterstellt hier. Ich mache das ganz genau. So, immer weiter, immer weiter. Und ihr seht, eure Karte, die Kreuz 7, verschwindet. Und jetzt habe ich folgendes für euch, ich nehme euch mal mit, kommt mal mit hier. So, kommt mal mit. Ich habe hier was für euch. Und zwar, hier habe ich mein Akkuladegerät und da drunter befindet sich eine Karte. Das ist, komm her, eure Kreuz 7. Magic! Dankeschön an Matze für diesen mega coolen Trick. Also ich finde den mega verblüffend und mir hat es richtig Spaß gemacht, das zu reformen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib ihm einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid. Wenn es dir nicht gefallen hat, Daumen runter, dann weiß ich auch Bescheid, kann an mir arbeiten, wäre aber doof. Für die Erklärung, klickt euch in die Videobeschreibung. Allererster Link sofort, einfach anklicken und dann kommt ihr schon zur Erklärung. Dankeschön an Matze Gambalczyk für das Einschicken dieses Videos. Wie gesagt, heute eine spezielle Folge, ich mache die Erklärung selber. Aber er wollte unbedingt diesen Trick einsenden, denn der ist mega cool und das fand ich genauso wie auch er. Ja, da seht ihr, dein Trick ist ganz vielfältig, kann man an jedem Fall anpassen, wie man will. Jeder von euch, extra Wünsche, wie auch immer. Wenn auch du einen Trick einsenden willst und du siehst jetzt, du musst dich nicht mal dem Internet präsentieren, klick dich ebenfalls in die Videobeschreibung, da wirst du zu einem Video gebracht, wo alles genau erklärt wird. Einfach in den Kommentaren zu diesem Video den Link zu deinem Trick einschicken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns zur Erklärung, bis dahin, ciao.